Hallo, ich bin die Monika, mein Gebärdenname ist Monika, Monika Heider. Ich komme aus dem Equalicent, einem Trainings- und Beratungszentrum für gehörlose, schwerhörige Gebärdensprache und Diversity Management in Wien. Hallo, ich bin Monika, mein Name ist Monika, Monika Heider. Ich komme aus Wien. Es ist ein Trainings- und Consulting- und Beratungszentrum für deaf- und hard-of-hearingen Menschen und Diversity Management. In diesem Projekt meine Rolle ist, dass fast viele, 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 viele Menschen involviert sind in diesem Projekt. Ich denke, das ist ein wichtiges Projekt für die Menschen, und wir können nichts für die Menschen ohne die Menschen. Wir schauen, dass in all unsere Prozesse, in all unsere Bereiche und Sphäre, die Menschen involviert sind. Und das zweite ist, ich denke, wir haben viel Erfahrung für die Menschen, und viel Erfahrung in Trainings- und Sphäre, und wenn sie die Menschen in Oral- oder Bilingual-Situationen wollen. Und wir wollen in diesem Projekt unsere Expertise bringen, und nehmen viele technische und Video-Informationen aus diesem Projekt, um es in unserer Organisation zu implementieren. Für uns, und für mich, es ist wichtig, dass wir die Welt der Menschen mit ihren Möglichkeiten und ihren Sprachen bringen, ihre Sprachen und ihre Sprachen bringen, zu den hörnischen Welt. Denn wir wissen, dass wenn die Menschen mit den hörnischen Menschen in Kontakt kommen, die Menschen immer sagen, sie sagen, sie glauben, dass sie das nicht tun können. Und unsere Rolle in diesem Projekt ist, dass wir den Impuls bringen, dass sie das tun können. Und diese Menschen mit den Hörnischen Welt zusammenbringen, mit den Hörnischen Welt. Für mich, Video-Sign ist sehr, sehr speziell, denn es ist die erste Mal, dass wir sagen, dass es eine große Größe von Sprachen gibt. Und es ist eine Art von Body-Language, Visual-Language, Sign-Language, oder Realistik-Language. Alles ist ermöglicht, um sich zu erklären, um sich zu geben, um sich zu geben. Und ich denke, das ist sehr, sehr notwendig, um sie zu geben, um sie zu geben, um sie aus der Silenten in unserer Gesellschaft zu kommen. Und Video-Sign ist ein wichtiges Schritt, ich denke, um die Gap zu brechen. Ja, für mich, Video-Sign empfiehlt junge Menschen, weil wir alle unsere Know-How, unsere Techniken, und unsere Techniken zu den Jungen. Und sagen, mach es für sich selbst. Wir machen es nicht für sie, sondern wir geben ihnen die Know-How, und das ist die beste Sache, um sie zu empfiehlen. und diese Techniken, die DLEDsign, die können diese Know-How nutzen, um sie zu können, um sie zu lösen, um sie zu lösen, um sie zu lösen, um sie zu lösen. Um sie zu lösen, und was sie wollen. Video-Sign ist auch, für mich, ein sehr, sehr guteres Projekt, um die Gap für den Arbeitsmarkt zu brechen. Denn viele Bösen, CEO und Managerinnen wissen nicht, was wirklich die Däfte machen können. Und sie haben keine lange Geschichte zu erzählen. Sie haben nur ein gewissen CV, und sie sehen Däfte. Und das ist sehr oft der Grund, warum sie sie nicht verwendet. Und ich denke, wenn man eine eigene CV macht, dann können die Bösen sehen, was ihre wirklich rechte Talente sind in der Däfte. Und sie können die wahrsten Menschen zeigen, mit diesem kleinen Video zeigen. Und ich denke, das ist die beste Sache, dass die Bösen eine perfekte Person für ihre Firma wählen können. Und das ist die Däfte. Und ich denke, das ist so wichtig.